Musik Musik Ich bin Mira Annalz, die Gründerin von Cowork in Dahab. Mit Just in Dahab möchte ich dir die Sorgen nehmen, nach Egypten zu reisen. Ich organisiere euch Unterkünfte, Visumangelegenheiten und coole Aktivitäten, die wir hier in Dahab tun. Ob es ums Tauchen geht, Klettern, Kitesurken, Windsurfen oder einfach Desert-Safaris mit Kamelen in die Wüste. Ich bin hier eure Ansprechpartnerin in Dahab und bringe euch in die coole Community, die Dahab zu tun hat. Musik 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 Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken, hier nach Ägypten zu kommen. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt zehn Tage in Dahab war, mir gefällt es richtig, richtig gut. Die Leute hier sind super nett. Was ich besonders schön fand, war, dass die Mira sich hier wirklich um alles gekümmert hat. Also vom Flughafentransfer, Betreuung, Organisation von Events. Mira war eigentlich immer mit Rat und Tat zur Stelle. Musik Ich finde es ist eine wunderschöne Stadt und man muss unbedingt wieder zurück herkommen. Also diese Hippiestadt und dieses offene Feeling kannst du gar nicht vergleichen mit anderen Orten irgendwie. Man fühlt sich hier sicher. Gerade für die Frauen unter uns war das auch sehr, sehr angenehm. Man wurde halt überhaupt nicht angesprochen, man wurde in Ruhe gelassen. Man hat hier Zeit gehabt, um zu entspannen und einfach das Leben hier zu genießen. Dein Ruhe gelassen! Vielen Dank.